So, ich bin eine komplette Newcomerin, wenn es um Hypnose-Thema geht. Ich kam hier vor sieben Tagen und ich konnte nichts. Und ich gehe nach sieben Tagen und ich kann sagen, ich habe noch nie in meinem Leben in sieben Tagen so viel gelernt. Und ich bin beeindruckt. Wie gesagt, ich kam hier mit leeren Händen und komme und gehe mit einer Giste voller Schätze. Das Seminar war bewegend, berührend. Gefühlt von tollen Momenten, mein persönliches Highlight, beziehungsweise zwei waren vor der ganzen Gruppe die Demonstration machen zu dürfen an einer fremden Person, die auch geklappt hat. Also ich weiß, Hypnose ist einfach, Hypnose funktioniert. Das war mir auch klar bei der Straßenhypnose, die viel Spaß gemacht hat und die nochmal mir gezeigt hat, das kann man bei jedem machen. Und das erfüllt mich mit einem enormen Erfolgsgefühl. Und ich möchte dieses Gefühl mitnehmen und teilen. Und ich habe mich auch durch dieses Seminar inspiriert. dazu entschieden, auch Heilpraktikausbildung zu machen und diesen Weg weiter zu gehen, weil das ein faszinierender Weg ist. Und ich glaube auch ein Weg voller Freunde und Erfüllung. Und deswegen bedanke ich mich sehr herzlich. Die Woche war rührend, die Woche war bewegend und sehr erfolgreich für mich. Es hat mich geändert und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Und ich kann nur zum Seminar sagen, es ist super praktisch, praxisorientiert. Man lernt praktisch. Das sind nicht nur trockene Worte. Das ist Übung. Das ist harte Arbeit. Das ist auch Arbeit nach dem Tag voller Wissen. Und ich glaube, das macht auch das Seminar so erfolgreich. Ich glaube, das ist pädagogisch exzellent aufgebaut. Und mit so einem tollen Seminarleiter, mit dem Dr. Norbert Preetz. Das macht unheimlich viel Spaß, mit so einem tollen Menschen zu arbeiten, so einen tollen Menschen kennengelernt zu dürfen. Das ist eine Erinnerung, die für immer bei mir bleibt. Und ich bedanke mich dafür.